Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war G-Gaming, Flo wieder am Start, heute mit einem neuen Video und zwar zu den Evolutions. Gestern war es soweit, Winter Wildcats ist losgegangen und wir haben passend dazu eine neue Evolution bekommen. Und da wollen wir heute in einem separaten Video reingehen und gucken, wer ist vielleicht sogar die beste Karte, die wir bei dieser Evolution-Aufgabe wählen können. Dazu werden wir heute alles unter anderem besprechen. Ich würde sagen, Abfahrt und let's go! Wenn ihr meine tech-Arbeit und vor allen Dingen auch hier die Evolution-Videos unterstützen wollt, Freunde, dann würde ich kurz eine kurze Zeit einen Daumen nach oben dalassen. Wenn ihr sonst immer passiv seid, seid gerne heute auch aktiv, lasst einen Daumen nach oben da, gerne auch da für den Algorithmus einen Kommentar. Und, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, auf den Weg kriegt ihr 60.000 Abonnenten, Freunde, ein paar fehlen auch für die 58.000. Lasst gerne auch kostenlos ein Abo da, wäre auf jeden Fall extrem nice. Und heute Abend natürlich geht es weiter mit dem 19 Uhr-Content. Lasst uns rein starten mit den Evos. Fels in der Brandung heißt es. Lasst uns loslegen. Let's go! Ja, bevor wir in die Evolution-Geschichte reingehen, würde ich kurz vorweg sagen, ich bin gerade aktuell live bei Twitch. Also, falls ihr von euch kommen wollt, Link ist unten in der Beschreibung. Bin ich einmal samstags von 12 Uhr bis 15 Uhr 30. Kommt gerne rum, würde mich extrem freuen. Und jetzt aber rein in die Evolution-Aufgabe. Fels in der Brandung heißt es und wir bekommen hier eine Winter Wildcard eben am Ende. Sie macht es zumindest grafisch eben dazu. Hier heißt es einfach nur unüberwindlich. Stärke! Einen deiner Lieblingsprofis eben mit erhöhten Defensivwerten und dem Playstyle-Kante. Also, wir sehen hier schon die Defensivwerte. Die haben quasi hier ein Augenmerk auf das Ganze und dem Playstyle-Kante, was wir hier eben bekommen. Als Beispiel haben wir jetzt hier Torreira. Insgesamt, das wird uns jetzt interessant, Freunde, haben wir vor allem Voraussetzungen am Start. Maximal 80 Tempo, was die Karte mitbringen darf. Schießen maximal 75, Defensive maximal 80, Physis maximal 80 und Anzahl des Spielstiles maximal 9. Außerdem Dribbling maximal 91 und das ist sehr, sehr interessant. Wieso? Dazu gleich mehr. Gehen wir kurz durch. Was müssen wir machen? Erstmal vorweg. Es ist natürlich eine Evolution-Geschichte, die for free ist. Das heißt, relativ easy zu machen. Und freischalten, also aktiv machen, können wir sie eben 20 Tage lang. Oder wir haben bis zu 20 Tage Zeit. Und in 27 Tagen müssen wir eben insgesamt diese Evolution-Aufgabe, wenn wir sie aktiv gemacht haben, eben dann auch abschließen. Bei Level 1 bekommen wir einmal Plus 2 auf Passspiel, Plus 2 auf Dribbling, Plus 4 auf die Defensive und Plus 2 auf die Physis. Okay, und bei Level 2 bekommen wir dann nochmal einen Tempo-Boost, Plus 1, Passspiel, Plus 1, Defensive und Plus 3 und Physis Plus 3 und den Spielstil-Kante. Wir sehen also hier Physis und Defensive, Plus 2, Plus 4 und hier Physis und Defensive, Plus 3 und nochmal Plus 3. Also da der Hauptaugenmerk quasi von den Stats gesehen natürlich auf dieser Karte insgesamt. Und das finde ich auch relativ gut. Wir haben nicht viele Spiele zu spielen. Wir können in Squad-Battles, in Rivals oder in Champs reingehen, spiele zwei Partien heißt es da und gewinne zwei Partien. Da eben mit zwei Toren Vorsprünge das Gewinnen, okay. Aber sonst eben einfach den Evo-Spieler grundsätzlich einsetzen. Wir können auf ganz den Spartei-Profi reingehen. Ihr wisst ja Bescheid, die Halbzeitlänge ist bei vier Minuten. Das heißt, insgesamt acht Minuten haben wir da pro Spiel, was wir machen müssen. Und insofern eine relativ schnell gemachte Aufgabe. Bei Level 2 sieht es nicht anders aus. Gewinne zwei Partien, da dann Squad-Battles auch wieder möglich mit Rivals und Cook AG. Sowohl oben als auch unten. Ja, Spiele-Partner zwei Partien und gewinne zwei Partien. Und das ist es. Also eine einfache, grundsolide Evolution-Aufgabe. Das ist auf jeden Fall schon mal gut to know. Als Beispiel haben wir jetzt hier Toreda. Klar, wenn ihr Galaxi-3-Fan seid, könntet ihr da definitiv drauf gehen. Und wenn wir jetzt mal hier bei Number 2 Grurry drauf schauen, wenn mir direkt vorgeschlagen wird, da sehen wir dann einen von, ja, wenn nicht sogar einen von den definitiv besten Pulls. Und das ist Trent Alexander-Arnold. 86er-Grade-Base-Karte. Und ihr habt es eben bei Torreira als Beispiel gesehen. Plus zwei Overall-Upgrade bekommt der. Das heißt, wir können den auf eine 88 hochpushen. Und das wäre natürlich auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Option. Wenn wir uns den mal jetzt als Beispiel anschauen, ja, dann sehen wir eben hier bei der 88er-Grade-Karte, okay, 77 Tempo, okay, der Schuss ist natürlich nicht geupgradet, passend dann auf 93 geboostet und gerade Defensive und Physis dann nochmal ordentlich geboostet. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also damit kann man dann arbeiten. Rechtsverteidiger und guckt mal, die Passspiele, also Pass-Sets unfassbar göttlich, ja, und Defensive und Physis auch richtig gut geboostet. Ausdauer vor allen Dingen auf 95, ja, und dann könnt ihr natürlich auch quasi ingame auf eine ZDM-Position zum Beispiel stellen. Mit dem Passspiel sehr, sehr attraktiv. Hochmittel-Arbeitsraten, wie gesagt, mit der Ausdauer. Die Spielziele sind dann am Start. Keine schlechte Wahl. Einer, der uns gestern auch schon direkt aufgefallen ist, war dieser gute Kollege, Ben Arsir. Der wird auf jeden Fall auch sehr, sehr nice sein. Den können wir uns auch mal beispielsweise anschauen. Der hat dann insgesamt 86er-Grade-Karte mit eben 4-Stern, 3-Stern, ZDM, ZM, ZOM die Position. Und auch eine sehr, 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 sehr ausgeglichene Karte. Ich denke, ja, das führt quasi darauf hin, diese Evolution-Geschichte, dass wir halt in erster Linie eine Allrounder-Karte herstellen durch eben diese Evolution. Und das werden wir uns jetzt alles on Detail anschauen. Gehen dafür erstmal rüber, und zwar zu FUTBILD, wo wir gleich finalisiert. Vor allen Dingen auch nochmal gucken, auf diese Kombinationsmöglichkeiten. Aber anfangen will ich mit euch, und zwar hier bei FUTGG. Da heißt es LIKE A ROCK. Das wollen wir uns on Detail anschauen, Freunde. Und da kurz vorweg, bevor wir rein starten. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne nicht mit dem Mainstream gehen, sondern eben mit euren Lieblingsvereinen. Wenn ihr also KSC-Fan seid oder whatever, ist auch jetzt grundsätzlich egal, weil wir bleiben mal bei Galatasaray, dann geht gerne mit einem Tourader, der ja auch sehr ausgeglichen aussieht. Die Karte, 84er-Grade-Karte wäre es dann. Und ihr dürft eben auch nicht vergessen, die Frage bekomme ich auch x-mal in die Kommentare bei Instagram immer wieder gestellt. Also ihr könnt natürlich dann die jeweilige Evolution-Geschichte, heißt Torera als Beispiel, wenn sie denn von den Voraussetzungen auch in andere Evolutions reinpasst, auch weiter upgraden mit einer weiteren Evolution. Ja, vielleicht eine, die noch kommt, vielleicht eine aktuell aktive, und so weiter und so fort. Aber das werden wir jetzt alles besprechen. Fangen wir erstmal hier an. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Optionen. Woran liegt es? Wir haben es eben bei Trent Alexander schon gesehen und auch gestern schon teilweise besprochen. Wir haben keine Positionsvoraussetzungen. Das heißt, wir haben natürlich wirklich sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Wir sehen auch hier nochmal den Defensiv-Boost plus 7 und eben Physis plus 5. Das ist natürlich, wie gesagt, das, was du eben dann auch, ja, wo du ein Augenmerk drauflegen willst, was du halt dann durch diese Evo-Geschichte mitnimmst. So, jetzt haben wir hier Wolf Players schon einige Kandidaten dabei und wir haben auch witzigerweise als Nummer 1 ein Coinball-Lipa-Durris-Guy rein. Da haben wir Budding started in 1 und 2 und dann detailorientiert und dann Like a Rock. Und dann hat er eine 91er-Gradie-Karte von 69 gekommen. Ja, also das ist auf jeden Fall auch mal eine Hausnummer. Kann man mal machen. Die Frage ist, wie kriegt man ihn dann gelingt? Hier, die zweite Sache auch. Argentinische Liga, Argentinier, 91er mit 99 Balance. Ai, 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 ai. Das fängt ja schon mal gut an. Crossing bei 99, aber da sieht man, keine Positionsbedingungen am Start und du hast so viele Möglichkeiten. Guck mal, wir sehen hier so viel. 91er, drei Stück. 90er geratet. Ganz, ganz viele Kandidaten mit dabei. Aber ihr seht, Frauen sind mit dabei, teilweise auch weirde. Guck mal hier. Keine Slotofans. Könnt Zug nehmen. Dann Bannick Starlet 1 und 2. Dann Mittelfeld-Untersdieu. Und dann Like a Rock. Dann habt ihr einfach eine 89er-Karte-Slotof-Karte mit 99 EGT, 99 Balance. Das ist genau das, was ich eben thematisiert habe. Ihr könnt eben auch nicht mit den Mainstream gehen. Das haben wir da bei 99. Und dann einfach mal. Das ist ein typischer Schielspieler, ne? Kann LM auch Linke Außenverteidiger. Also, ja. Keine Slotofans. Augen auf. Das wird sehr, sehr interessant. Und, ja. Wir wollen aber jetzt ein Hauptaugenmerk natürlich auf die Hauptkandidaten legen. Und da kommen wir schon zum 88er-Rating. Da hatten wir eben Trent Alexander-Arnold. Gehen wir weiter. Wer uns direkt hier mal direkt auffällt. Es fällt auf jeden Fall auch hier auf in der Lippert oder das Argentinische Liga, dass wir viele eben aus diesen komischen Ligen haben, wenn wir die Senden so nennen wollen. Aber hier, wie gesagt, für mich eine von den Top-Kandidaten auf jeden Fall einmal hier ein Trent Alexander-Arnold. Weil mit dem Shadow hat er dann auch ordentlich Pace und auf der anderen Seite halt auch ordentlich Dev. 94 Dev und dann mit dem Pass in dieser Kombination als Rechtsverteidiger schräg schräg für mich dann eher eine ZDM-ZM-Karte auf jeden Fall ein definitiver Win. Und auf der anderen Seite, wir könnten mal gerade drauf schauen, mit Encore vielleicht auch einen Rechtsverteidiger auch auf der anderen Seite. Ich sehe ihn dann eher als Zentral. Gerade mit dem Passnet, den musst du irgendwie in die Zentrale packen, irgendwie als Mittelfeldspieler, als Kreativspieler dann auf jeden Fall den Squad drin haben. Aber Liverpool werden sich freuen. Ich sehe Pedri, 4-Star, 4-Star. Das auf jeden Fall natürlich auch eine gute Option aufgrund der Links, die er natürlich dann mitbringt. Wir können direkt mal den Shadow drauf packen. Das sieht gut aus. Auch als zentrale Karte mit dem Forster-Forster, mit den Dribbling-Stats, mit den Pass-Stats, die gut sind und dann diesem Defensive- und Physis-Boost plus der eine oder andere weitere Boost. Der, ja, das sieht gut aus. Der Spielstil, der dazu kommt, die Kante, sehr, sehr nice. Verazzi haben wir als weitere Option. Der hatten wir auch schon mal. Tassen ab war das Ganze mit 77 Tempo zumindest. Jetzt wird es schwierig. Also ich sage mal so 58 Tempo, das schön zu reden wird schwierig. Der Rest aber, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, mit Dribbling und Passen sieht ganz okay aus. Aber mit dem Tempo, da weiß ich nicht. Würde ich tatsächlich ausklammern jetzt. Erstmal auch, wenn man sagt, okay, er bringt zumindest hier die Links mit. Ruben Neves mit Rare Defender Upgrade, theoretisch eine Option. Tassen ab, auch eine Option, ihm 71 Pace zu geben. Hier habe ich noch 64. Also da kann man auch dann variieren natürlich die jeweiligen Evos. Was nimmt man als erstes, was nimmt man als zweites. Also das hier ist jetzt ein gutes Beispiel, wo man eben sieht, es macht auch mal Sinn zu schauen, okay, was packt man eben oder in welche Evolution Geschichte geht man vielleicht vorher. Also dass man nicht direkt eben hier diese Base Karte nimmt und dann upgradet, ja, sondern man guckt, okay, wie kann ich den vielleicht wertemäßig noch ein bisschen besser machen. Und gerade bei so einer Karte mit 60 Base Tempo, ja, willst du den vielleicht eher Tempomäßig erstmal grundsätzlich boosten, dann hat er 97 Pass Stat. Das ist natürlich nicht erlaubt, 99 Kurzer Pass, 99 Long Pass. Also da sind schon ein paar gute Stats dann mit dabei. Muss man halt fragen, kommt man dann mit dem Tempo zumindest klar. Aber auch hier wieder, man kann natürlich in der Hoffnung, dass irgendwann irgendwelche Voraussetzungen eben darauf passen, in der Evolution Geschichte, auch dann diese 88er Grade Karte eben weiter boosten und weiter upgraden. Aber wenn man da den Solid Link braucht, dann kann man natürlich gerne mitgehen. Bleiben wir bei den 88er und gehen auf die nächste Seite und gucken, was uns hier noch so erwartet. Wieder eine Lewis Karte, diesmal mit diesen drei Kombinationen. 80 Base Tempo hat er dann und sieht auch schon sehr ausgelichend aus, schön Dribbling Stats mit einem Shadow, 88 Pacer, 92, oh, und 92 Dev. ganz ehrlich. Und der hat die ZDM Position sogar auch als Second Position oder Third Position. Emerson, auch ein Kandidat mit den Niterationen Italien. Auch sehr, sehr ausgeglichene Karte. Also mit Bannicksal, also mit den ein oder anderen Kombinationen hier die Möglichkeit den 88er Relentless meets Radioactive zu machen. Also natürlich, ich meine, da reden wir immer drüber. Wir haben natürlich zahllos x-Millionen Optionen sozusagen mit jeweils Karten entweder in die eine Evo-Geschichte gehen oder in die andere. Je nachdem, seid ihr da auch unterschiedlich aktiv. Oh, das sehe ich denn hier bei Stiller. Stuttgart-Fans, 94 passen, 90 Dribbling, ausgelegene Dev- und Physis-Stats mit detailorientierten Body-Style und Number One. Also, VfB-Fans, auch hier ein Augenmerk vielleicht mal auf Stiller legen. 87er-Grade-Karte. Na, hier Schäfer, von Union Berlin. Also, dadurch, dass wir wirklich jetzt so zahllose Möglichkeiten haben, es ist fast un... Katabach hier vom FC. Guck mal, mit 90 Dribbling. Teilweise sehr, aber dafür mache ich ja solche Videos. Deshalb liebe ich solche Videos mit euch gemeinsam, das durchzugehen und mal ein bisschen in dieses ganze Wirrwarr, ein bisschen Ordnung reinzukriegen und zu gucken, okay, wer fällt uns hier direkt mal auf. Gehen jetzt erstmal hier bei FUTGG das Ganze durch, seitemmäßig und dann gleich natürlich auch nochmal bei FUTBIN. Hier zum Beispiel Pauli Fans eine Option, eine 87er-Saliakas-Karte mit Bannick-Style und wieder detailorientiert zu machen als Option. Natürlich auch weitere Optionen, die man da machen kann. Wer nah ist hier mit dabei, aber ich glaube, wir haben hier einige 87er-Age, jetzt geht es in die 86er-Age. sehr, sehr viele Optionen und dadurch halt und das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also so viele, guck mal hier wieder, hier bei der Doris-Karte auch so viele Unrelevanten liegen und wo man dann auf einmal unspielbare Karten auf einmal spielbar macht. Wien, Wiesbaden, Kade hier dabei, FC Frauen sind mit dabei und so weiter. Erzgebirge, Auer, Dunhoff. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich Craziness. Also vielleicht können wir mal gerade einstellen. Einfach mal liegenmäßig, Bundesliga, Apply Filter und dann sehen wir Schäfer, wir sehen Stiller, zweimal sogar Schäfer. Papier sehen wir hier mit Pass und Dribbling auf 92, heilige Mutter Teresa mit 99,49 Balance. Hört mir doch auf. Guckt mal, Freunde, guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist doch nicht mehr erlaubt. Hier wieder. Borrero von Mainz dabei. Grelic, Weigel. Da geht es in die 95, 85er-Greiten-Karten. Ja, okay. Machen wir Reset Filter und gehen mal in die Premier League und gucken da mal rein. Apply Filter, Treaded, Alexander Arnold, Lewis auf jeden Fall. Amazon haben wir uns angeschaut. Chillway weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen wenig Tempo. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder eine ausgeglichene Karte. Also da werden sich die Chelsea-Fans definitiv trotzdem freuen und vielleicht sogar dann reingehen in die jeweilige Evolution. Also, 67, äh, 87er, 86er sind die am Start. Lewis als 86er-Version auch am Start. Okay, paar Kandidaten, aber jetzt keiner großartig, der herausragt. Erstmal machen wir ein Reset und gehen mal in die La Liga und schauen da mal rein. La Liga, ups, La Liga, EA Sports, wie sie ja jetzt heißt. Apply Filter und sehen dann, hello, danke. Oh, Korea. Korea. Like a rock, mit Detail orientiert. Was haben wir denn da für eine Karte? Wieder gut, also das fällt oft auf, gute Pass- und Dribblex-Stats, immer wieder dabei und dann leicht Death und Physis geupgradet. Wieder ein Rechtsverteidiger, interessanterweise. Wie auch ein Außenverteidiger mit Manu Sanchez. Ja, sieht auch für ähnlich aus. Also, die wichtigen Stats für den Außenverteidiger meiner Meinung nach dann nicht hoch genug, um dann zu sagen, auf der Position will ich den vielleicht spielen. Auf der anderen Seite, wir gucken uns den gerade mal mit einem Shadow an. Ja, okay, 87 Tempo, 92 Death, aber dann ist die Physis halt komplett out of order. Weiß ich nicht, ob man damit gehen will, Schrägstrich möchte. Die Frage ist natürlich auch immer, was du für Links aufbauen willst und wie gesagt, vielleicht auch, hast du direkt den Lieblingsverein, filterst danach hier, gerne mal auch nach euren Lieblingsvereins einfach filtern, gucken, wer ist vielleicht aus der Option da und da bin ich mir sicher, dass mindestens eine Option gefühlt bei jedem Verein mit dabei ist. Wir haben so viele Ligen jetzt ja hier als Option dabei, also oder Vereine im Allgemeinen, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, das ist ja wirklich crazy. Edoa, guck mal hier, als Bronzekarte, was der soll, das ist typisch Evo, das ist typisch Evo und das ist die Frage auch, wie viel ihr quasi dann wieder boosten wollt, aber das ist ja wirklich verrückt, das ist wirklich crazy. Lasst uns rüber gehen zu Footbill und schauen, wie es hier aussieht. Also, die beliebten Evolutions, fangen wir damit an und gehen mal auf Like, hallo, Like a Rock und gehen mal durch. Das ist ja unfassbar. Da dann Channel drauf, Pace Upgraden, Dev Upgraden, dann hast du die Allrounder-Karte am Start, Premier League, Newcastle League, oh mein Gott. Also, hier aber auch wieder mit Kombination, nicht von der Base-Karte, wie es jetzt bei Trent Alexander ist. Das müssen wir auch immer quasi hier denken. Bei Javi genauso, da müssen wir vorher in Centurus Box-to-Box-Mittelfeldspieler mit dem gegangen sein, um eine 88er-Grade-Karte zu generieren und auch hier zieht es sich wieder durch, Drifting und Passen ist da. Dev und Physis kann noch besser werden, könnte man upgraden. Suzuki, wieder dabei, der war oft mit dabei als Bronze-Karte und das ist auf jeden Fall, oh mein Gott, wir konnten jetzt zur letzten 91 machen, jetzt zur 93er-Grade-Karte. Composure war bei ihm lost, stimmt, und der Rest ist ja unfassbar. 99 Interceptions, 99 Balance, 99 Stammer, da war es uns zur Anlacht, 99 Crossing, 2-Stelle, 3-Stelle, 2 immer noch, koreanische Liga. Ja, das ist ja Wahnsinn. Bentancur, welche Kombination hast du am Start? Mit Tassen ab, ein bisschen Pace-Boost auf 81 dann am Ende, sehr ausgeglichene Karte, um ehrlich zu sein. Das ist das, was ich meinte, eine Allrounder-Mittelfeldkarte, darum geht es glaube ich am Ende des Tages eben so eine zu generieren. Petri, Treadex-Hanalot haben wir besprochen, Kamar Vinga, auch mit dabei, als Base-Karte, sehr, sehr interessante Option, auch da wieder die Real Madrid, Frankreich, links aufzubauen, wenn man denn dann möchte und nicht auch anders mit Kamar Vinga vielleicht schon geboostet ist. Klar, man kann auch im 90er Longstaff machen, wenn man dann eben gewisse anderen Evolutions natürlich außen vor lässt, das sind wir als zweite Option, dann haben wir Ben Asser auch hier mit dabei, auch sehr beliebt, den würde ich auf jeden Fall die wir auch auf dem Zettel haben, weil man eben dann ihn jetzt von der Base-Karte auf eine 86 boosten kann, eine sehr Allrounder-mäßige Karte am Start hat und auf der anderen Seite und das darf man wie gesagt nicht vergessen, auch ihn noch weiter upgraden kann, wenn der dann in der neue Evo kommt. Kurka auch immer mitgefühlt dabei, wenn es um Allrounder-Mittelfeldspieler mitgeht. 96 passen mit Tassen ab und vor allen Dingen wichtig bei ihm der Tempo-Boost dadurch natürlich. Also das ist dann wirklich eine spielbare Karte durch den Tempo-Boost, muss man auch ehrlich sein, wie es ist. Alter Sari hier mit dabei. 91 aufpassen und dribbling. Krass, 99 agility. Auch hier kurzer Pass und langer Pass wieder gut. Vision bei 87. Also wir sehen, ähnliche, tendenziell ähnliche Karten. Wir haben hier Lewis wieder mit dabei, Amiri als 86er, Feuler, äh, Feuler, Sosa ist auch mit dabei. 84er, Javi, Elliot, Wings als 88er, Greate Karte, Heiliges, guckt euch das an. Aber das ist Tempo-Loss. Der Rest sieht aber gut aus. Passe bei 93, dribbling bei 90 sogar. Guckt euch das an, wie ausgeglichen. Mit drei Sternen, drei Sternen. Also, je nachdem, wenn ihr Leicester-Fans seid, etc. pp., freut euch, dann definitiv jetzt auf gewisse Boost-Kran. 90er, Greate Karte. Hamburg-Fans, wo seid ihr? Ja. Und das ist, das ist genau das, was meiner Meinung nach diese Evolution-Geschichte ausmacht. Du kannst auf einmal eine Karte, die einfach wirklich 0,0% spielbar ist, irgendwie spielbar machen. Und es kann sein, dass durch diese Evolution-Geschichte, die jetzt rausgekommen ist, fällt es in der Brandung, eben genau jetzt einer von euch aus eurem Favorite-Verein eben, ja, Boost-mäßig auf jeden Fall jetzt spielbar am Ende des Tages eben dann ist. Ja, ob das ein Schäfer ist, rum, die Neves, die wir besprochen haben, oder beziehungsweise, ja, doch, das wäre dann mal die Tassen ab. Ich dachte, das wäre die andere Option. Äh, 91er-Gerate-Karte, wollte mich verarschen. Gut, auch hier ein bisschen wenig Tempo sehen wir auch häufig, aber der Rest halt so ausgeglichen. 98 bei passen, auch hier wieder Short Pass, Long Pass bei 99, 95 Vision, 95 Curve. Hey, Freunde, der ist so ein Arsenal-Spieler auch immer mit dabei. Geht es selber durch, guckt, was ihr da am Start habt, aber für mich, wenn ihr mich jetzt an dieser Stelle heute fragen würdet, einen Tag danach, nachdem das rausgekommen ist, ich würde zum Beispiel auf irgendwelche Top-Ligen-Nationen gehen. Hier, ja, auch eine nicht spielbare 72er-Gerate-Karte durch den Boost und der bringt mit Spanier-Link, Liverpool-Link, ja, also da würde ich auf jeden Fall ich persönlich, wie gesagt, würde definitiv mit einer Karte gehen, wo ich sage, okay, die würde ich vielleicht irgendwann auch spielen, heißt, ich gehe in eine Made-Liga rein, Trent Alexander Arnold, der mir schon vorgeschlagen wird, werde ich vielleicht mitgehen, Benacea, aber ich werde jetzt keinen extra dazu kaufen, First Honor to Glory bleibt First Honor to Glory, wenn ich ihn ziehe, werde ich ihn vielleicht boosten, aber ich habe mit Benacea und Trent Alexander Arnold auf jeden Fall schon mal zwei gute Kandidaten, wie ich finde, mit dabei und damit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy und sehr happy, die auf jeden Fall als Option zu haben. Ja, Freunde, ihr seht also einige Optionen, die ich euch jetzt gezeigt habe und es ist, es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Optionen da am Start sind. Ich bin gespannt, welche Optionen ihr am Ende des Tages wählt. Geht mal sehr gerne raus, Profi für Vorschau auswählen, sagt mir mal gerne und schreibt es in die Kommentare, wer euch hier direkt vorgeschlagen wird und was eurer Meinung nach auf jeden Fall, ja, ich habe hier im Endeffekt auch Koke mit dabei, Thiago, auch hier wieder ein Aspekt mit Tempo, schwierig, ja, Koke auch hier mit dabei, dem müsst ihr erst mal Tassen abziehen, also da gibt es auf jeden Fall viele Optionen, lasst mich gerne wissen, auf welche Optionen ihr geht, ich bin sehr, sehr gespannt, schreibt es rein runter in die Kommentare, hier könnt ihr das XXL-Pack-Unternehmen von gestern Abend sehen, es war unfassbar, über 50 Packs sind am Start und hier ein weiteres Video, viel Spaß dabei und dann sehen wir uns gerne nachher oder jetzt aktuell bei Twitch, wenn ich da noch live bin oder natürlich auch gerne heute Abend zum 19 Uhr-Content. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, bis nachher, bis später, euer Flo von Atschigem. Ciao Leute.